Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel King of Avalon Dragon Warfare. Viel Spaß. Los geht es und ein bisschen lauter die Box. Einmal gratis beschwören. Schau was bei rum kommt. Bestimmt nicht viel. War ja klar. Dann haben wir hier Silber. Leute die wir ausgebildet haben. Der Magier ist da. Was bedeutet das? Aufbrechen. Ich weiß nicht was das ist. Ich habe das noch nicht gemacht. Bericht in den Sperrträger. Okay. Niederlage. Wird das auch wieder eine Niederlage? Ah, bestimmt. Ja. Gut, dann lassen wir es. Da ist ein roter Punkt. Fähigkeit. Aufwerten. Okay. Haben wir gemacht. Da sind es 20 roter Punkte. Forschung. Der, der, der oder der. Ist ein Pfeil dran. Hat aber nichts zu sagen, wie es aussieht. Oder. Ne. Hat nichts zu sagen. Ist das gleiche wie hier. Mit dem Pfeil. Dann gehen wir auf Beistand. Ich hoffe ich habe genug Getreide. Das ihr auch alle Spenden durchziehen kann. Alle 20. Genau. Hat gepasst. Perfekt. Nachrichten. Alles lesen. Verwalten. Auswählen. Löschen. Jawohl. Nächste. Alle lesen. Verwalten. Alle markieren. Alles lesen. Wunderschön. Jawohl. Die Pfeil sind da. Die müssen du mal selbst. Einzelt anklicken. Mitmachen. Dann geht da mal im Facebook rein. Oder Instagram. Oder wie auch immer. Dann kann ich mir die Belohnung abholen. Aber wir machen erstmal hier die Dailies weiter. Treadle. Holz. Holz. Herz. Silber. Und hier nichts? Tauschbörse. Ja okay. Hat nichts zum tauschen. Ich brauche ich davon 10,5 brauche ich davon 2.000 Sagen ich davon 100.000 brauche ich davon 20 Dann würde ich sagen dann brauche ich Getreide Ok Da ist die 12, die können wir aufwerten Dann werde ich schon mal die nächsten Leute ausbilden Ich habe hier Fährenkämpfer die kann ich verbessern Aufleveln Dauert eine Stunde Subi Hier haben wir auch noch welche Kann ich nicht verbessern Deswegen Hürde ich neue Leute ausbilden Und hier ausbilden Kaserne Auch neue Leute ausbilden Nichts verbessern Katapulte Ah ne das war hier Genau Was war das hier Sanctum Kann ich nur nichts mit anfangen Ok dann die Forschung Forschung ist auch wichtig Entwicklung 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 Äh 3 Geht noch nicht Geht noch nicht Geht noch nicht Geht noch nicht Geht auch noch nicht Und das auch nicht Geht noch nicht Folgenfolge 4 Das geht Forschung 2 Minuten Ok das kann ich danach machen Das kann ich mal Wenn ich den habe 13 Also bis hier hin komme ich 5 5 talented habe ich zum vergeben 5 talent habe ich zum vergehen Also produktion auf maximal ja das ist jetzt die sammlung da muss ich hin zum bau also hier auch noch mal maximal der rest ist mir erst mal ein bisschen egal aber das bauen möchte ich gern noch haben kriegt da habe ich auch noch ein so wie es aussieht also zweite talent bauen kann ich mit vip 12 freischeiden ich habe vip 5 also es dauert noch bis ich bei zwölf ankomme ein paar jahre ach so ich muss level 16 sein im Gange kämpfen zack ein schlachtraum bin ich ging aber schnell kampf 2 und wieder ein schlachtraum kampf nummer 3 steht auch wieder ein schlag gleich stark ne er war stärker ach so das war die platzierung die wir waren ich bin bei 904 kämpfe gegen 902 ich habe mich auch glatt gemacht und der letzte kampf ich muss doch einen kampf gewinnen da hat mich die frau auch kaputt gemacht kampf kampf chronik niederlage kampf kämpfe nieder sie geraten sie geraten 0 prozent gut was haben wir hier noch da wieder rein da wieder rein da wieder rein ausbilden 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 da baue ich gerade kampf 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 Ich denke, das will ich heute nicht schaffen. Es ist gerade... Wie spät ist denn das eigentlich? 18.36 Uhr. 7 Stunden dauert das. 6 Stunden... 35. Ne, das wäre um 1 Uhr morgens früh. Ich schlafe schon. Da drehe ich mich wahrscheinlich gerade mal auf der anderen Seite. Labyrinth. Kampf. Oh. Eieieieiei. Eieieiei. Eieieiei. Einen könnte ich noch besiegen, aber... Aufsammeln. Zack. Zack. Noch eine Kiste. Aufsammeln. Und wieder raus. Okay. Und da rein. Jetzt kommt... Ach, das war die letzte Truhe. Jetzt gibt es da noch einen Kampf und wahrscheinlich hier als letztes ein Kampf. Einen Kampf können wir noch machen. Den... Anderen Kampf werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen. Kampf. Trommel. Ja. Weiter nachkämpfe ich ja gegen zwei solche Trolle und gegen den Boss. Und zwei Trolle haben wir jetzt schon fast das halbe Leben abgezogen. Deswegen... Und wieder raus. Ja, wobei schaffe ich das. Aber jetzt... Noch nicht. Ich brauche Eisen. Kostet nur ein Gold. Waren wir. Okay. Dann... Forschung wieder. Boah. Als ich da bin, dauert das. Eisenproduktion. Eisensammlung. Und das dauert jetzt auch 1 Stunde bis 20. Okay. Reparieren. Und das dauert jetzt auch noch ein paar Tage. Und das dauert jetzt auch noch ein paar Tage. Und das dauert jetzt auch noch ein paar Tage. Die Tauschperson möglich ist, die Akten mit Allianz-Mitgliedern Ressourcen zu tauschen, verwisselnd sie um die Tauschkapazität zu erdnnen und die Tauschgebühren zu senken. Also ist nur was für Gildenmitglieder da da. Hmm. Da bin ich. dann schauen wir uns mal kurz den drachen an was ich mit dem machen kann im drachenhaus kannst du deinen drachen großziehen verbessern und senke die energiemenge die verbraucht wird wenn du die drachenfähigkeit verbesserst okay das heißt verbessern drachen angucken ist ja der kleine vorschau so sieht er danach aus nur am schlafen okay das war der erste klein schnell ein flick der zweite und der dritte ist der den ich jetzt habe das ist der den ich jetzt kriege ich brauchte noch ein paar steine für kräfte punkte wenn er das ist Jo Und dann Der ist Nummer 4 Das kann ich nicht machen, ne. Leider nicht. Ah, einmal hast du viel gedrückt. Ich war doch noch gar nicht fertig, Drache. Schauen wir noch mal. Trainieren. Fähigkeiten. Emblem. Achso, ich habe nicht einen einzigen. Von den anderen? Auch nicht. Von denen auch nicht. Von denen auch nicht. Ok. Jupp. Verstehe ich. Ok. Hm. Was machen wir jetzt noch? Opfern? Müsste ich das kaufen? Ich hab noch überall welche. Dann haben wir noch Prestiglevel, geht deshalb Level 15. Ich würde mal sagen das war es noch schon für heute. Da ist noch was. Gut und dann würde ich mal sagen bin ich weg. Spiel beendet und ich hol mein Kickup und sage Dankeschön für zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.